Die Leute sehen uns nicht gern zusammen. Sie würden es zum Kotzen finden, wenn sie herausfänden, dass wir eine Band sind. Ich habe für uns die größten Hoffnung. Darum mache ich so gern Musik mit ihnen. Und ich möchte, dass sie mich lieben, sie mich lieben, sie mich lieben. Die Leute reden immer über Wellenlängen. Vermutlich habe ich eine dieser Wellenlängen, die man nur schwer auffangen kann. Vielleicht bin ich noch auf Mittelwelle oder sowas, aber ein paar können mich hören. Das war's.